Mahlzeit zusammen. Die Hälfte des Tages ist ja nun schon fast geschafft. Das heißt, wir sollten mal langsam über das Abendboot nachdenken. Das hat er heute auch vor, tatsächlich. Und da ist er, von Moesta, der Sheriff. Hier fliegen gleich ordentlich Rüppchen drauf. Freue mich schon, ne? Noch außer leer. Aber ich mache mich mal ran an die Rüppchen. Die wird sich jetzt schön und dann kommen die drauf. Geil, ich freue mich. Da liegen sie also nun, die guten Stücke. Eingrubbed sind sie. Ich nehme ganz gerne mal den hier. Magic Dust. Drei Stunden. Adieu, Ladies. Wir sehen uns. So, liebe Leute. Drei Stunden sind rum. Das riecht vielleicht lecker. So, die kommen jetzt hier alle in diese besondere Form. Die gibt es übrigens im schwedischen Möbelhaus. Die waren jetzt, drei Stunden waren sie jetzt auch. Bei 120 Grad. Das kann man hier ganz gut erkennen. Und jetzt werden wir sie... Alter Schweder. Meine Fresse. Wir garen sie jetzt. Das heißt, wir packen sie in die Form hinein. Machen ein bisschen Flüssigkeit dazu. Alufolie oben drauf. Zwei Stunden. Und dann wird geglazed. So, Leute. Jetzt habe ich ja glatt eine Sache unterschlagen. Und zwar habe ich die Rüppchen jetzt aus dem Dampfbad genommen. Habe sie auf der Oberseite schon einmal mit Barbecue-Soße eingerieben. Habe sie jetzt gedreht. Jetzt die andere Seite. Halbe Stunde. Und fertig.